die können wir auch ein bisschen zocken sonst ich bin fertig noch nicht also muss ich auch noch runterladen ich lade gerade erst mal noch 10 gb allerdings lädt auch gleichzeitig ich bin fertig 5m client abgestürzt 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 Bruder, ist gestern Geburtstag gewesen und so, ey. Ach so? Ja, Bruder, wir haben in den letzten drei, vier Tagen schon mindestens 30 Dinge verkauft, Moritz aus. Ja, alles easy. Äh, du hast doch gesagt, heute kriegen wir irgendwie, kommen wir zur Familie oder so. Heute ist Sonntag, ne? Ja, ja. Ah, Digga, ey. Wir haben den ganzen Tag drauf gewartet. Was? Wir haben den ganzen Tag drauf gewartet. Haha, wo seid ihr denn? Wir sind jetzt genau bei der Fahrt. Wo? Ach so, ja, ich bin auch hier oben, äh, Dings. Ich bin noch, was? Ich komme da hin, ey. Sollen wir warten? Ich bin da, ich bin auf dem Weg, ich komme da jetzt hin. Ich bin aber nur mit dem Thunder hier, da, ey. Ah, wir haben uns ja neuer runterladen. Ja, ich komme erst mal hin, ey. Ja, okay, ey. Genau. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Das ist Marco. Ah ja, steig aus. Marco. Kaufst du noch immer für gleich im Preis LSC? Was? LSC oder wie viel gibst du? Ja immer noch gleich. Ja ok, ich hab oben mal die Dinger. Ja, easy. Hast du von Matthias gesehen? Nee du geil. Ah das ist T360. Amn g. Ist ganz well. Ja erst versuch. Wien hast du da auf dem Schulter Digger. Oh der Geil ich muss erst mal klarkommen, alter es geht hier ab man. Tschöööööööööch. Warum den Vs kaufen und da? Ey im Marco? warum behalte doch das günstig weiß nichtige eine million ist halt nichts das ist echt günstig was habt ihr vorige ich bin wie gesagt gerade was war da los mit dem anderen was was ist mit alibaba der ist nicht mehr auf der route ja aber der wird gelöscht darf ich nicht mehr arbeiten ja ich habe deswegen sage ich ja keine ahnung ja was habt ihr vorige ich habe keine ahnung die anderen sind noch unterwegs ich gehe oben zur garage irgendjemand er wollte doch was verkaufen oder nicht magst du zu einem burrito kaufen ja 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 Vielen Dank. Bruder, mein Pärle ist weg. Nein. Hey, Marco. Ja. Können wir ein bisschen mehr machen, weil ich habe dicke Schulden wegen Razzia. Oder ich habe auch dicke Schulden, Digga. Ja, okay. Ich wurde auch hops genommen, ey. Ich habe, Digga, alles, was ihr mir gebracht habt, ich war das verarbeiten, Digga. Ich wurde, Digga, ich wurde beim LSD-Sammler, äh, Verarbeiter, Digga, wurde ich hops genommen, Digga, mit 17.000 auf Tasche. Das war schon mal weg, Digga. Und danach, Digga, was ihr mir gebracht habt, Digga, waren irgendwie 12.000 oder so, was ich hatte. Habe ich verarbeitet und alles, Digga. Und dann wurde ich beim Packs verkaufen, Digga, über 400 Packs, gestrecktes, Digga, wurde ich da hops genommen, Digga, alles verloren, ey. Also, ich habe... Aha, 400 Packs, wie viel sind das? Keine Ahnung, Digga. Alles, was ihr mir, sag ich mal, die letzten Tage gebracht habt, wo ich wach war, Digga, ich habe jetzt, Digga, ich habe 5 Millionen Minus gemacht, ey. Oder wärst du die letzten drei Tage lang? Dann hättest du jetzt mindestens 40.000 alles von uns. Ja, Digga, ich konnte nicht, ey. Meine Mama hatte Geburtstag, Digga, und mein bester Freund, deswegen. Aber habt ihr an jemanden von uns verkauft? Ja, ja. Ja, alles easy, ey. Jetzt warten wir auf die andere, oder? Was? Wir warten jetzt auf die anderen. Welche anderen, Digga? Ich weiß nicht. Da kommen noch andere von dir. Weil, du hast ja gesagt, wir können, äh, Absorb, kriegst du uns in die Familie oder was? Die sind gerade im Gangway. So, warten bis das zu Ende ist, Digga, dann muss ich, äh, rufe ich Trago an, Digga, ey. Ja, okay. Wir gehen dann kurz die zwei ADVs holen, ja? Mhm. Wen gehört das Zeug, ihr braucht, du? In mir, ja. Deins? Ja, ja. Warte, ich rauche kurz zu Ende, Digga, dann gebe ich dir das Geld, Digga. Digga, fick mein Leben, ey. Ey, ich habe kein Bett mit meiner Perle, ja? Äh, glaubst du, die ist doch da? Ja, ich habe kein Bett mit meiner Perle, ich gucke mir das. Oh, Digga. Sia. Ey, ich komme gleich. Was? Ja, ich komme gleich. Du, was? Ja, ich komme gleich. Ja, wer kriegt das? Äh, solche. Nummer? 1, 2, auch 2. 1, 2, auch 2. 1, 2, auch 2. 1, 2, auch 2. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe bekommen, Bruder, die, ich war am Auto, die ist weg. Alles weg, Bruder, meine ganze Perle. Ich muss kurz einpacken. Ich muss kurz einpacken. Ja, ja. 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 Vielen Dank. 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 Du musst mir erst den Stoff geben, dann kann ich es bezahlen. Oder ich kann dir das noch nicht alles geben, Digga. Noch nicht? Nein. Ja, dein Limit im Inventar ist überschritten, du Esel. Kannst du? Kannst du? Ja, scheiße. Dann zieh mir hier rein. Chill. Warte, ich bin ein bisschen raus. Brenscht auf. Oder wo steht die Box? Ich bin ein bisschen raus. Ich bin ein bisschen raus. So, ich bin ein bisschen raus. 7.915 7.915 7.915 1.431 1345 1 3 4 5 hast du dollar bekommen ja hier hast du bekommen ja okay ja gut ja mach ich ja tschüss ja 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 oder komm mal ey einmal bitte in die rutschkommeln in der kameras zu sprechen ich möchte mit euch sprechen also mit den entweder barisch oder auch mit einmal ja ich bin auf dem Weg ich warte gerade zu denen ja ich komme ok hab ich durchgepumpt ja hab ich durchgesagt die 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 dann das geht also das gegen katella Ja, es gibt noch ein Objekt. Vielen Dank. 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 Max, kommst du? Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Ja. Okay. 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 Bye. Ich habe keinen Bock, ich bin 20 Jahre zu warten, ehrlich. Ey, es wird doch gesagt, auch wenn Sie schießen, oder? Warum seid ihr so geist, ich will, dass Sie schießen, komm weiter. Bruder, chill doch, die fangen doch eh nicht an. Ist ja egal. Ist ja egal, Mann. Wir haben, Bruder, man kann die, wenn die Linie nachfangen, kann man die letzten zwei Minuten, die Punkte holen, dann haben wir immer noch. Du weißt doch, was das ist, oder? Lass, lass ein Dreck irgendwo, mit anderen. Er wird stark, stark, stark! Stark wirklich. Wir sind ja hier sehr in den Gegenden. Ja wieviel Mann soll, den herramientin erlten. Deshalb 801, wird schwapplich verblüht. Die Sapkradens die wenn ich hat. Wir haben am seventh advis低. Max, kommst du oder nicht? Max. Hallo? 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 Jetzt geht es weiter. Okay. die handys zu schauen doch gehen nicht an die jungs die roten eher dann haben wir ein bisschen spaß und wenn wir einfach drei punkte oder sechs punkte digna und dann ist es gut ok nirgends hört gleich jemand braucht ein bisschen Valorant dabei aber ich brauche meinen Namen Niklas Gold wir sind Minus 2 von Visifil Rank Vorbrechen ist unranked aber Gold aber sonst will ich nicht für die Morte schade ande St die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey, Jungs, gut. Okay, und was ist jetzt daran so schlimm, wenn er jetzt nicht direkt angegangen ist? Siehst du, guck mal, wer ruft dich an? Wer ruft dich an? Wer ruft dich an? Hallo? Wer ruft dich an? Hallo? Werft dich an? Vielen Dank. 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 Nein, nein, bitte. Nein, nein, nein. Es geht so easy. Gelina Oman. Nein, Digga, fick mich doch nicht. Nein, Digga, fick mich doch nicht. Du wolltest mich doch durchwerfen, ich hab dich doch gefragt. Mhm. Was geht, ich lieg im Bett. Ich bin sicher nur noch ansprechend, aber ich lieg bereits im Bett. Wird das hier etwa ein AFK-Farming? Ja, da. Ich hab die Nacht zwischendurch irgendwie AFK-Farming-Otto die ganze Zeit wieder aufgebracht. Hm? Die ganze Nacht war ich im Support, ja. Warum? Von 5 Uhr bis 8 Uhr oder sowas. Warum? Oh. Mit Tony, Dexter und Adi geredet. Oder mit Razzia. Jungs, glaubt euch mal lang, wenn wir uns hier annehmen. Wir sollten mal gesammeln, Jungs. Aber Gott sei Dank, ich bin ein Punkt gesammelt zu nem anderen Ort. Und dann hab ich die Wahl entweder ich die SG-1 in der Haft把它 trittet, oder erstmal halbe Stunde SG-1 in der Haft gehabt. Einfach mach, weil ich nicht so was hab. Jungs, das ist auch schon mal verpunt, wenn es verpunt hat, dass es verdaut wird. Genau Hör auf, haben wir gesagt Ja, chill doch mach, dann ruhig dich Voll, 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 voll Voll, voll, voll Du schaffst, eigentlich ständig bereit, dass ein Fahler auf der Seite gerät Hey Cracky Fischerbecken Sorry Kleiner, freischer Brüse Hey Cracky! Erstmal ne Bombe gezogen. Hey Marco! Jo? Mach hoch, Look! Was? Nein! Mach hoch! Nein! Zwei reichen! Alle guten Dinge sind aber drei! Ich verzichte! Was du willst! Okay, wer du bist! Mann, ey! Ja getot. Wollen Sie sie drehen? Hein, oder? Ja, danke. Na? Nervensegel, Alter. Ich hab dich auch lieb. Ich war so am chillen, ich bin im Kippe rauchen, Digga. Ja, Mago, ich hab dich auch lieb. Mhm. Du hast dir noch so sehr nerven. 800k gegeben und das ist der Dank dafür. Warte, ich hab wieder nochmal 4,0 mal. Pech gehabt, Digga, du hast fast eine Million, Digga. Keiner weiß, was du damit gemacht hast. Rechnungen. Was? Rechnungen von Razzien. Mhm. Er hat ja auch gar nicht Bescheid gegeben, wenn Rechnungen bei einem Verkäufer war, der 300 gestreckt ist. Ich wurde letztens mit 17.000 unverarbeitet LSD hatte ich auf Tasche um 400 Packs, ey, ich wurde hops genommen. Mhm. Neben den 2 Euro, die du besucht hast? Schau. Das war ein anderer Tag. Barschott. Aber Elfabie gibt mir seit Zeit zu nehmen. Geht es nach, aber nicht wahr? Nein, gebt mir seit 2 oder 3 Tagen nur noch auf dem Sack. Weil jenererzeit hat er die Tram nicht besser, als ich denke, wenn sowas weg ist von mir. Jungs, war heute schon. Und du mach. Ich schwör, es ist nicht zum Beispiel leider geliehen. Mach nicht. Ich schwör, mach nicht. Irgendein random hat mir sogar... Geld, 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 Geld. Der Fiekser. Geil, geil. Geil, geil. Aber wir sind vorbei. Unser Zoll war halt fast die gesamte Lidenschaft abgestochen. Von Wagens? Boah, lecker. Dann kommt jemand da raus. Und er schießt ihn. Dann kommt der gesamte Lidenschaft. Und er hier. Ja. Ey, Digga, ich muss schlafen. Mein Schlafruchtmus ist so kaputt, obwohl ich nach zwei Stunden schlafe. Digga, du bist mehr als gefangen, ey. Ne. Irgendwann nicht. Aber irgendwie auch nicht. Ey, Mutter, bist du da? Ich warte, bis mein Zeug im Labo fertig ist, dann geh ich bis den Call of Duty spielen, Alter. Paar Sorgen von Gleichkontraktion. Es ist zwar eine Stunde im SG. Boah. Am besten mit Kinji nebenan. Äh, nebenan. In der Zelle. Yes, Sir. Stark, Jun. Voll viele Wache bei uns, Digga. Crazy. Äh, ja, einer. Ich glaube, du bist fett. Nein, Digga, du bist fett. Ich weiß. Ah, Junge, sammel doch du wohin. Oh, da kommt die Tage hier, ne? Notzer. Mann, hat der weg? Oh, leid. Hat der Branden? Wo er hochgeschlagen hat? Bis man es geht, wo er in die Kinnladen hat. Hat die weh. Hat den ganz hin rausgeschlagen. Hey, Jungs, Gespräche jucken keine. Hallo? Was? Ihr redet voll laut. Achso, okay. Achso, okay, Buckel. Ich mach mal ein bisschen leise. Sofort, alle. Wir sollen Klan auch. Komm mal. Bitte sprich dir. Bitte. Hals in die Hunde. Gengua. Ich lech dir einfach ab. Kein Bock, Digga. Keine Motivation. Keine Kraft. Brauchst du einen Matrix-Anschwung? Hauf, Digga. Ich hab deine FA angenommen. Hab ich gesehen, ey. Heute Morgen, wo ich totes dicht war. Voll am Chillen, Digga. Ich guck so. Wieso, was? Ich muss erst mal überlegen, wer das war, Digga. Deine Muri. Deine, Digga. Nee, ich glaub nicht. Folg deiner Momofinster. Ja. Viel Spaß und Geld. Hehehehe. Warte mal, ja. Du musst ihn kann, oder wie? Kriegt mich nicht. Oh. Echt Digga, bitte stechen ab. Digga, wie kann das sein? Ich bin... Hä? Warum redet der so laut? Wann hast du seine Schnauzeigen? Aber Marco, wenn du schon schlucken musst, dann schluck leise. Digga, du schluckst gleich, Junge, als Moin. Keiner will hören, wie du irgendwas schluckst, Alter. Ist ein Herv. Oh, Mann, ey. Warum fickst du so mein Kopf, Digga? Digga, Barsch, das ist so geil, ey. Keiner weiß, dass wir uns ist, Digga. Aber ich hab mich gebrät süß. Uff, Huch, 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 Huch! Ja, komm mal da gegen, Digga, mach fix Digga, die sind ja auch... ...Macht, Digga, wir haben sie noch was dagegen machen... ...Gang, Digga... Bruder, wie schluckst du denn? Digga, was passiert hier, ey? Er hat richtig am Rachen hängen. Boah, der Junge wird sich böse, Digga. Kann man einen von der Arbeit sein? Seht ihr wie der nicht zu uns gehört? Seht ihr wie der nicht zu uns gehört? Seht ihr wie der nicht zu uns gehört? Seht ihr wie der alles zu uns gehört? Ist die Arbeit oder Sammler? Hat sich an wie bei dir, ey? Der braucht sich nicht Kabel, die man. Wer soll die Schnurz halten? Nix und du? Digga. Wie kann das sein? Sag ihm mal, sag ihm mal. Was? Ja, mit deiner Sprache. Ich wette runter, ja? Du fuckt ab. Ich hab den dir gebogen drauf. Das kann sein, dass du verhörst, aber nicht mal auf dem Boot du stehst. Komm, wer trinkt, komm, wer trinkt, Digga. Komm, wer trinkt, Digga. Komm, wer trinkt, Digga. Ey, wer seid ihr, wer seid ihr überhaupt, ihr beiden? Mit weißer Hose. Ich? Ja. John heiße ich. Hm, du bist Arbeiter von? Ich heiß auch John. Von jemand von Wu-Tang? Ja, von Wu. Oh, ich hab auch Nummern von drei Leuten, von Wu-Tang. Und ich bin trotzdem kein Arbeiter. Keine Ahnung, wofür. Ich bin illegal hier. Hey, ich hör nur wissen, von wem du bist. Ein illegaler Einwanderer. Ähm, Mensch. Ich sag's hier. Ey, ey, war ich, war ich, war ich. Bist du John Romar? Äh, nein, das ist damn schwarz, ich bin John Gotti. Was läuft, was läuft, was läuft. John Gotti. Genau. Du musst dich leider enttäuschen, du darfst ihn nicht sammeln. Wie jetzt? Du wirst nicht eingetragen. Vielleicht jetzt, der war eben grad hier. Ja, du wirst nicht eingetragen. Ruf doch mal an. Na, ich ruf doch an. Verpiss dich. Der andere hier mit weißen Pullover. Hey, Benni. Wer ist das hier? Der Brie. Hallo, Cousin. Wo sind wir hin? Wo sind wir hin? Okay, der kommt frei. Ja, das ist easy. Und? Bist du da? Hallo? Ja, das war auch die Idee, Jungs. Schau mal. Pass mal raus. Wer schluckt denn hier so an? Bei den Gewäser geht mal raus. Jolina. Immer noch. Spass. Das ist dieses Mädchen hier. Die Bait ist grad komplett weg, weil wir bei LSD verarbeiten. Die ist immer am Schlucken. Alter, die Bait ist grad komplett weg. Warum? Nicht schlecht. Er sagt nicht schlecht. Stimmt doch gar nicht. Geht mal nicht auf den Kiechse. Stimmt nicht. Guck mal, du kannst diesen Bart Simpsons da hinten eigentlich ausziehen, ey. Er sammelt auf gar. Hör auf bitte, ey. Mach ihn nackig. 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 Ich hab keinen Bock, ey. Ich hab keinen sechsten Finger. Ich hab keinen. Liga, mach die Kack aus. Aha, der Brie ist wieder da. Junge. Achter Leute. Geht doch mal auf einen Meter, ey. Ich hab dich abspricht. Komm mal drauf, oder bitte. Geht nicht mehr. Jetzt geh mal jetzt. Ja, wer bist du, dass du sagst, dass ich dich tun soll? Ist das grad geredet? Ja, äh. Dinkst irgendwie. Hallo? Komm jetzt bis runter, okay? Wer hat geredet? Ich, ich, ich. Hinder hoch. War die Hinder hoch? Ja, okay. Dann sag ich nichts. Wenn das jetzt ein Arbeiter war, dann... ...einem von uns ist alles geboren. Hallo? Hallo? Ja, ich sag dir ehrlich, da würde ich... ...würde ich jetzt lieber irgendwie hier gefesselt stehen, als mit... ... Glück von ihm zu geben. Marco? Hallo? Ja, Bruder. Äh, du hast gesagt, da ist einer nicht eingetragen, oder? Ja, Digga, du hast nur einer eingetragen. Äh, ne, warte. Doch. Ich schau mal kurz. Ne, Lasse hat einen eingetragen und ich hab einen eingetragen. Hä, die haben gesagt, die arbeiten beide für dich. Ne, ne, eine arbeitet für Lasse. Also Lasse hat einen reingetragen. Ah, John Gotti, ja, die haben gesagt, die arbeiten für dich, deswegen... Ich hab nur einen gesehen. Der Lasse ist nicht mehr da, deswegen... Wie? Wo ist der hin? Äh, der ist schlafen, Digga. Achso, ah, ja, auf jeden. Ja, Digga, da musst du auch sagen, dass der Verlasse arbeitet und nicht für dich, Digga. Ja, eigentlich soll ich nicht wissen, weil... Ja, deswegen, Digga, ich hab das grad nur nachgeguckt. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Mach den Weitersammeln. Ich schwör, ich dachte, die sammeln jetzt neben uns, ey, ich wäre ausgeflippt. Ich bin der Arbeiter. 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 Ey, Jungs, macht mal echt ein bisschen runter, Digga, ey. Nervt unnormal. Digga. Stich dich ab. Stich dich ab. Stich dich ab. Hast du Messer dabei? Hast du Messer dabei? Nein, hab ich nicht. Nein, hab ich nicht. Mann. Der geht jetzt zum Verarbeiter, Jungs. Ich komm. Hier ist der Fabi, also gut. Komm zurück, der, der mit dem Glucklacker reinfasst. Der haut mit Auto ab, Bro. Mach mal hinterher jetzt. Hallo. Richtig, richtig. Ja. Jogula, komm zurück. Verfolgt das, äh, verfolgt das Trau-Auto, Bro. Okay, ich bin der Weg, also bitte. Folgt dem, folgt dem, folgt dem, genau. Es ist eine Trau-Auto, Bro. Folgt dem. Du musst stehen bleiben. Gib den Call, alles. Ja, mein Freund verkauft mich wieder für'n Scheiß-Spiel. Ich muss morgen bei Zeiten aufstehen, er würde lieber spielen. Du verkaufst ihn doch auch. Nein, ich bin nur noch wach, wenn ich komm, oder ich will mich nicht langweilen. Ich will noch was mit ihm, mach ich aber noch gar nichts mit ihm gemacht. So, ich dachte, wohnt ihr nicht zusammen? Wo seid ihr alle, wo seid ihr alle, Digga, warum? Mit Jahren, Krittin gewählt. Wo, wo, wo. Weißt du aber, guck mal. Ich muss ja zeitig ausmachen, wenn er bei Zeiten aufsteht. Dann gehen wir immer zeitig ins Bett. Wenn ich bei Zeiten aufstehen muss, er aber nicht. Oder er macht so lange wie er will. Okay, gar nicht. Du hast ihn ja mal gar nicht unter Kontrolle Spaß. Ach, zu mir, auch zu mir sagt er, ich würde immer an mich denken. Ja, what the fuck? Wie alt ist er? Achtzehn. Hallo? Achtzehn. Ich habe gerade das Gefühl, du hast noch zehn verstanden. Hast du den schon mal abgenommen? Nein, nein, alles gut. Aber würde ich dir zutrauen, ey. Mit zehn. Oha. Dann wäre ich lieber mit Massimo zusammen. Unser Massimo, nicht mit eurem. Digga, euer Massimo ist mein alter Massimo. Was? Medellin Massimo. Ja. Ja. Ja, von zwei ist die Lehrerschaftsfrischung. Auf einmal, ich gucke auf den Bildschirm, er kniet hinter mir mit dem Finger an meinem Arsch. Hm. Ja, der hat Sebastian alles in seinen Kopf drauf getan. Ich habe auch noch gefragt, was ist, wird er so Arschburger? Stehst du doch drauf, Digga. Lüg nicht. Nein. Lüg nicht. Ja, der hat eben an der, auf der Arbeiter einfach angefangen. Keine Ahnung. Der ist weg, Digga. Der ist rausgekriegen, dann ist er weggeflogen. Was? Nö. Der ist was? Der ist weggeflogen. Boah, der ist jetzt nicht so gesessen. Sag ich, oh nein, ich glaube, die haben wir trotzdem. Gut, Digga, äh, ne? Wer? Dann sag ihm, er sollst du wieder raus sollen? Okay, äh, Digga. Nimm ihn trotzdem ab, jetzt am besten. Nö, ich habe schon rausgelassen. Ah, nö, das Laden haupt. Schade. Beziehungsweise, ich glaube, der hätte nicht so gut. Er hätte mich mental darauf vorbereiten können. Aber so... ...mental drauf vorbereiten können, dann gefickt zu werden. Ja. Die finden es doch so toll, Leute in den Arsch zu ficken. Wenn Sachen schnell einlagern dann bevor, ne? Denen sich nicht mal Kondom haben, alle Leute...